Ewa Cousins und Cousinen, was geht ab? Ich bin's, euer Delmann. Ich bin's, ihr könnt mich vielleicht nicht sehen, ich bin unsichtbar. Mit Musu Frate, let's go! Universal, Baby. Ey, zuallererst, ich hab noch nie einen Song von Musu gehört, das ist das erste Mal, lass mich überraschen. Uh, der Beat ist pervers und seine Stimme hat was. Warte, ich hat was, hat was. Ich muss da weiterhören, ich muss da weiterhören. Schlechtes Gefühl in meinem Bauch schon seit einem Monat, huh? Miss Cuneo, lass oder? Boah, seine Stimme ist clean as fuck, haben wir nachher, clean! Der hat diese chillige, diese slow, slow laid-back Vibe-Flow. Geil! Geil! Wie, ne, äh, wie heißt der? Komm, äh, der war bei Bad Boy Records, äh, mh, mh, Maze. Ich mach's fett, ist so krass, dein einzig totes Lock-Up. Mein Bruder sitzt im Bau und der baut sich ein. Wollte Mama längst sein Haus bauen, aber bau nur Scheiße. Ha, bau nur Scheiße, Alter. Ha, klingeln Mäuschen, Ulla, war beste Zeit früher, Ulla. Ha, 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 ha. Es kraut, mann, ja, ihr baut nur Scheiße. Ich bau nur eines weiße Asche, Bruder fliegt in tausend Teile. Ha, und frate, wenn sich lohnt, dann lauf ich ein. Oder schick die kleinen los, die holen mir den Scheiß. Die holen mir den Scheiß. Boah, der hat diese, die, diese arrogante, diese low, laid-back, Alter. Diese laid-back, boah, diese T-Shirts sind super vers, Alter. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke die sind. Zu kranke T-Shirts. Ihr habt Schulden, frate, es gibt Kunden, frate. Geil. Geil, der Junge überzeugt. Also, der Beat ist auch sehr stark. Der Beat, also, der Beat spielt schon eine große Rolle. Frate, Handy, Summen, frate. Das sind Summen, frate. Lass die Bullen machen. Das sind Nullen, frate. Schiebe Hunden, frate. Kunden, frate. Ulla, schuf, als ob der spawned wär die ganze Zeit. Schuf, schuf. Seine Augen sind geschlossen wie von Jackie Chan, seine Augen. Ihr habt Schulden, frate. Es gibt Wunden, frate. Handy Summen, frate. Summen, frate. Lass die Bullen machen. Das sind Nullen, frate. Frate, frate. Was bedeutet frate? Das ist bisschen wie Bruder oder so, ne? Frate, ey, frate, was geht ab? Frate, 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 slokus. Frate, 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 frate. Das ist der Drogenboss von ganz Deutschland. Man nennt ihn auch Mack Schnuller. Und ich mein, das tut ernst. Der hat geile Betonung. Auch sein Akzent ist zu geil. Die Betonung gefallen mir sehr. Echt gefallen mir. Wie heißt die Schwester von Kim Kardashian? Ja, genau die. Du weißt, welche ich meine. Weißt du, was ich mich frage? Hier, warum die Handschuhe? Das ist das Problem. Warum die Handschuhe? Beantwortet es mir. Beantwortet es mir. Das ist nur mein Gewissen. Irgendwo muss es doch sein, Mann. Und frate, wenn sich lohnt, dann lauf ich ein. Oder schick die Kleinen los, die holen mir den Scheiß. Mach Kiste weg auf kleine oder ohne Weise leicht. Diese Szene, wo der ein bisschen so der Beat so leiser wird. Und der irgendwie durch Hall, oder wie man das nennt, redet. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Das ist wie die Szene aus Step Up, wo die gegen diese Chinesen da antreten. Und verlieren. Genau das. Der hier, das ist mein Cousin aus Düsseldorf. Sie berunden frate. Kunden frate. Ihr habt schulden frate. Ihr habt schulden frate. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, aber geil. Geil, das Ding. Ulla, also... Man muss auf diese laid-back shit klarkommen. Man muss erstmal reinkommen auf diese Filme. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich geb wunden frate. Handy summen frate. Summen frate. Lass die Bullen machen. Das sind nullen frate. 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 Auf jeden Fall musst du check den ab. Wenn euch meine Reaktion gefallen hat, würde es mich sehr um ein Like und ein Abo freuen. Peace out, euer Delman. Stritt. Komm.